In Europa gibt es heute kaum mehr Maulbeerbäume. Das war früher anders. Aber schauen wir doch mal, was diese Pflanze für eine Wirkung hat. Unten findest du einen Link, wo du ein PDF herunterladen kannst über Maulbeerblätter, die Wirkung davon auf Lateinisch morus. Maulbeerbäume gab es auf der ganzen Welt. Die Blätter wurden verwendet als Futter für die Seidenraupen. Das ist das Einzige, was Seidenraupen fressen. Seit wir kaum mehr Seide verwenden, sind diese Bäume verschwunden. In Italien gab es ganze Plantagen, heute praktisch keine solche Bäume mehr. Die Bäume sind nur noch in Fernostasien, in China, Vietnam, Laos. Dort gibt es nach wie vor grosse Plantagen, weil dort immer noch Seide gewonnen wird. Maulbeerblätter spielen in der chinesischen Medizin seit 5000 Jahren eine grosse Rolle. Es wurde praktisch immer eingesetzt als Mittel gegen Fieber und Husten. Die Blätter enthalten ca. 15 bis 25 % Proteine. Proteine sind also eine gute Quelle für Proteine. Alles andere, Vitamine, Mineralstoffe spielen keine grosse Rolle. Nun hat es aber in diesen Blättern einen ganz speziellen Stoff. Wirkstoff, der heisst Deoxynojirimucin. Ich versuche das mal nachzusprechen. Dieser Wirkstoff ist einzigartig. Keine andere Pflanze auf der Welt hat diesen Stoff in seinen Blättern drin. Und dieser Stoff hat medizinische Wirkungen. Erstens. Im Darm wird ein Enzym gebremst, das mehrfach Zucker aufspaltet. Zweitens. Es verhindert die Bindung von Glucose ans Hämoglobin. Das heisst, es wird weniger Zucker im Körper herumtransportiert. Und drittens. Es fördert Insulin bildende Zellen in der Bauchspeicheldrüse. Kannst du dir jetzt einen Reim draus machen? Es ist ein wunderbares Mittel gegen Diabetes. Wir haben eine dreifache Wirkung, ähnlich wie ein Medikament, um den Blutzuckerspiegel zu senken. Ich mache sehr gute Erfahrungen damit. Bevor ich dem Diabetes-Patienten ein Medikament empfehle, versuche ich es mit Morus-Kapseln. Es wirkt fast immer und man kann so für lange Zeit zusammen mit einer Diät natürlich einen Diabetes hinausschieben, bevor er anders oder stärker behandelt werden muss. Die Dosis ist ganz einfach. Einfach eine Kapsel Morus zu jedem Essen. Das war die Dokführung, Untertitelung des ZDF, 2020